Hallo liebe YouTube-Romande, ich bin euer Zerkopf. Servus beieinander und immerhin Star BadVote. Und wir heißen euch recht herzlich willkommen zurück zu unseren Flitterwochen in Dead Island. Hier ist mein kleines Schnuckili. Also ich muss schon sagen, ihr sexy Kerber. Gerade eben wollte ich sagen, wir entscheiden später noch, wer die Frau von uns zwei ist, aber das hat sich ja leider schon entschieden. Kommt mir gerade. Ja, ich bin so glücklich. Ich bin so unglaublich glücklich mit dir. Siehst du, das fällt dann unter fortlaufende Ereignisse. Mike und der Nektar des Lebens. Die Frage ist, willst du jetzt gleich eine Hauptmission machen oder nimmt sich nochmal jeder eine Nebenquest vor? Nein, ich würde jetzt gerne mal eine Hauptmission reinkloppen. Okay, habe ich schon aktiviert. Perfekto, Matiko. Aber, wo müssen wir hin? Moment, bin ich verwirrt. Zeit totschlagen. Ach, Zeit totschlagen. Das ist die Hauptmission. Okay, ich werde kurz in den Einstellungen gehen. Ich muss das gesamte Spiel lauter machen. Das ist so extrem leise. Das geht so nicht. Das mache ich auch mal ganz kurz. Das bringt sich genau gar nichts. Ach so. Kommst du Pippchen oder musst du die noch, was machst du jetzt da? Das Problem ist, wir müssen ja Zeit totschlagen. Ja, und das heißt? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir doch ein paar Nebenquests erst machen. Weil ich glaube, wir müssen erstmal alles erledigen, was mit dieser Bude zu tun hat. Nein. Deswegen würde ich sagen, nimmt sich jeder eine Nebenquest raus. Weil ich mache mal auf Sendung. Die wird zwar jetzt bei dir auch angezeigt. Aber ich glaube, du kannst dir extra eine auswählen. Okay, 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 dann. Ja, ich habe schwer. Ich habe keinen Ton. Oh Gott, ich drücke immer falsch. Gucken wir mal, Questy. Hilf Mike und Dominik. Okay, was hast du gemacht auf Sendung? Auf Sendung habe ich, ja. Okay, dann mache ich Familienangelegenheiten. So, warte. Ich habe dich eingeparkt, tut mir leid. Kein Problem, ich kann erst los, wenn du. Schade, dass man kein Motorrad nehmen kann. So a la Daryl Walking Dead mäßig. Das wäre geil. Ah, Moment, ich halte kurz mehr hier an. Weil hier gibt es glaube ich das Wasser für die eine. Nicht. Ich muss die Spacial Effects selbst dazu machen. Scheiße, hätte ich bremsen müssen. Ich kann nichts versprechen, dass ich das Auto heile zurückbringe. Da musst du wohl ein neues besorgen, irgendwann mal. Oh. So. Ah, hier gibt es überall Alkohol. So. So. Wo hast du denn das Schönes für mich? Schwach, schwach. Ah. Na, okay, lassen wir es gut sein. Fahren wir doch zum Leuchtturm. Ich muss hier zu Fußwatter. Ah, hier führt kein Weg mehr. Keine Straße, jetzt muss ich da. Zu Fußwatter. So. Was? Ich habe den Zaumier jetzt nicht überfahren. Paps. Hey, 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 hey. Geh weg, Junge. Zack. Nein, hier gibt es bestimmt Wasser. So, der ist tot. Au, wie konntest du mich erwischen, wenn ich zudrete? So. Was ist mit dir? Du bist nicht der Mann, oder? Da sind wieder solche Kisten. So. Ich glaube, die werden dann später für eine Mission, glaube ich, gebraucht. Okay, ja, kann gut, kann gut möglich sein. Oh. Mädchen, du stehst nicht auf, oder? Ne, traut sich nicht. Achso. Oh, als mich. Nein. Dich nenne ich ja Schatzi und nicht nur Mädchen. Tja. Ich habe ja Respekt vor dir. Ups, ich nehme einfach alles mit. Ich finde kein Wasser, ich finde hier nur Alkohol. Anscheinend haben wir nur Alkohol getrunken. Der rennt weg von mir. Ein Zombie, der wegrennt von mir. Unglaublich. Ich bin immun. Oh, wie er da liegt. Das ist ein Vorteil. Schönes Ding. Jetzt muss ich dann noch 320 Meter zu Fuß laufen. Arschtritt, Mädchen. Arschtritt. Boah, ich glaube, da habe ich gerade das Rückgang gebrochen. Das hat zumindest so aus. Mein Fleischermesser. So, mit dem Haus könnte es doch Wasser geben. Komm ich aber nicht rein. Mit dem Messer geht es besser. Mit dem Messer geht es besser. Mit dem Messer geht es besser. Dann kann ich in dieses Haus nicht rein, aber da was drin liegt, verstehe ich jetzt wieder nicht. Hast du zufällig mit deinem Auto von irgendeinem Haus geparkt? Nein, da stand doch mal einer. Ah, ich habe nämlich das Auto entdeckt. Also Autos gibt es, glaube ich, genug hier. So, ich habe die Sprachlautstärke Ding, habe ich jetzt da leiser gemacht, weil ich weiß, wie ich das da mache. Weil das Spiel ist ja extrem leise gerade, ne? Und beim Bearbeiten werde ich es einfach extrem laut machen. Nur die Sprachdinge, was sie reden, der Dialog ist laut genug. Ich weiß nicht, ob das so viel hilft. Ah, doch, ich kriege das hin. Ich mache das extrem laut. Okay, ich habe jetzt genug Wasser und genug Alkohol schon mal. So, ich bin jetzt bei der Bar. Bin ich aber eh falsch. Aber was gibt es hier? Nahrungsmittel, Kohle, Wasser. Was ist das? Dann kann ich nämlich gleich das Auto weiternehmen. Nee, quatsche ich nicht mein Auto weiter. Ist ja blöd, wenn ich jetzt das Auto, wo die Kisten drin sind, lasse ich auf der Straße stehen. Wäre auch ein bisschen blöd. Das wäre ein bisschen dumm, ja. Oh, da ist Wasser noch. Wasser nehmen wir noch. Alkohol nehme ich sowieso mit. Für Mollis. Energy drink, trinke ich. Hoffentlich habe ich ihn gerade nicht brach. Okay, dann trinke ich ihn jetzt nicht. Gibt es doch irgendwo Alkohol? Das Spiel verarscht mich gerade. Das Auto ist weg. Weil du in den anderen reingestiegen bist vielleicht? Das wäre ja scheiße. Kann das sein? Hey, Püppchen! Au, zu spät gedrückt. Tut mir leid. Dann muss ich ja doch das Auto da unten nehmen. Ach nee, Quatsch. Ich habe woanders geparkt. Passt schon. Ich habe hier geparkt. Okay. Oh, fuck, jetzt gesessen. Hey! Oh, die hat ein Messer. Ein Zombie. Ein bewaffneter Zombie. Ich meine, das ist schon unfair, oder? Ein bisschen. Ja. Oh, Kopfhopp. Moment, da glaube ich, da oben hat jemand Probleme. Oder ist das Titus mit dem Wasser? Das kann natürlich jetzt auch sein. Oh, schönes Ding. Okay, das Messer ist für den Arsch. All hin. So, mal hier, da ist nichts drin. Ich glaube, das prägt nicht viel, wenn du zum... Nein, so ein Fetter. Wie kann der mich bitte erwischen, wenn er im Pool ist? Ah, zu früh gedrückt. Na komm her, Fetti. Komm her, Bobby. Ach, die Zombies ertrinken hier am Wasser. Stimmt ja, da war ja was. Echt? Zombies ertrinken? Ja, zumindest liegt der im Wasser und macht... Oh, Moment mal. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich hätte noch so ein Medikid. Das will ich aber jetzt nicht verwenden. Ich suche mir lieber Energy Friends. Die Waffe ist schon wieder gleich im Arsch hier. Okay, ich muss Medikids verwenden. Das geht nicht anders. Hallo, ist hier jemand drin? Aber gut, ich habe eh mehrere. Oh Gott, ich hätte ihm schlagen lassen sollen. Oh Gott, okay, komm, komm, komm her. Komm her, komm her. Ich für mich, haben wir einen Zombie? Ne, der Typ da, der da am Boden liegt und am Stern liegt. Ah, so, okay. Ich habe gedacht, du beleidigst mich jetzt. Na komm, Brüll, nicht so blöd herum. Ah, ich muss jetzt schnell zu seinem Bruder, aber der ist nur 12... Ne, 22 Meter. Oh Gott, ich mache das echt falsch. Der braucht Insulin. Ich brauche einfach meinen Hammer, so schaut's aus. Mit dem Hammer geht's besser. Ah, da, 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 da. Oh fuck, der hat mich gleich. Jetzt kann nichts sein, dass ich scheitere. Bei so einem kleinen Bobby-Typ. What up, what up, ich komme wieder. Junge, ich komme wieder. Ich könnte mal zwischendrin gerade wieder einen... Ich hole mal kurz Energy. Ich möchte mein... Ich möchte mein... Mein Ärzte-Köffchen nicht verwenden jetzt da. Ich renne gegen Schatzding. Okay, gut. Ich möchte mal Energy trinken. Energy. Life bei dir. Jetzt finde ich Wasser und sowas. Ah, da ist ja schon einer, gut. Da ist auch noch einer. Barscht. Da war noch irgendwo, da war noch irgendwo. Alkohol habe ich voll übersehen gehabt. Oh mein Gott. So, ich bin wieder fast voll. Ein bisschen fehlt Alkohol, sexy. So, den hole ich mal jetzt da. Den Typen hole ich mal jetzt. Weißt du was, das mache ich auf Rückweg. Ich bin ja eher blöd, wenn ich... jetzt extra wieder zurückfahre. Oh nee, das war blöd. Ich hätte gar nicht wegrennen dürfen. Jetzt hat er wieder volle Lebensenergie. Und sein Arm ist wieder da. Und das ist ein komplett anderer. Das ist ganz blöd, glaube ich. So, wo geht's dann? Ach, da ist der Leuchtturm. Voll nicht so blöd. Oh fuck. Die Jut gesessen, mein Freund. Unglaublich. Ach stimmt, der Leuchtturm ist ja noch mal eine extra Basis. Oh fuck. Ich, wann kriegen wir endlich Waffen? Ich habe einen geilen Bug. Da steht ein halbes Auto im Leuchtturm. Besteht nur aus Motorhaube und zwei Türen. Fuck, okay. Echt? Ist geil. Ja. So. Oh, der beim Leuchtturm hat, glaube ich, bessere... Der hat sogar einen Morgenstern. So, jetzt bin ich gleich tot, weil ich stelle mich da an wie der erste Mensch. Echt, das ist nur ein Typ. Also, wenn du bessere Waffen brauchst, dann empfehle ich dir den Leuchtturm. Der hat Morgenstern und sowas. Okay. Ja, warte mal. Ich bin auch ein Honk. Ich habe ja einen Molly. Kann ich ja versuchen zu verwenden, ha? Molly? Wo ist der? Muss ich erst auswählen. Schande. Inventar. Molly. Was, tun wir weg? Tun wir dabei das... Das Rohr weg. Hallo Leute. Oh, bei euch sieht es aber nicht gut aus. Wahrscheinlich muss ich für euch auch wieder Extra-Missionen hier oben erledigen. Kann ich werfen? So. Ja, genau. Ich zünd mich selbst an. Ja, ja. Wunders. So, jetzt aber bist du tot. Alter, du warst echt eine Geburt. Unglaublich. Bin ich jetzt hier richtig? Der Typ war richtig schwer. Du bist dafür, oh yeah. Ganz easy going. Tag, Tag. Ich bin hier um in das Lager des Leuchtturms zu kommen. Ja, ich muss doch mit dem reden können, oder nicht? Ja, ich kann... Hä? Wieso kann ich jetzt bitte schon hier nicht weitermachen? Ich hoffe, mich verfolgt niemand. Ich möchte ganz cool, easy cheesy. Oh, ich werde verfolgt. Da ist doch schon ein Lager von Leuchtturm. Komm her. Komm her. Oh, das ist geil. Findest du das geil? Ich kann ja mit James aber nur reden. Mit wem? Mit dem James, wenn du bei mir bist. Das ist doch scheiße. Echt? Wirklich? Wieso? Keine Ahnung. Steht, warte auf den anderen Spieler. Das ist blöd. Kannst du jetzt lange warten? Ja, ich mache so lange eine andere Mission. Passt schon. Wir müssten ja jetzt rein theoretisch den Leuchtturm auf unserer Karte haben. Oh, warte, dann ist der Leuchtturm eine Hauptmission. Nee, weil ich habe ja auch Sendung gemacht. Aber das bringt natürlich unser Lager wahrscheinlich weiter. Wow, Baby, du bist richtig eine große Frau. Aber Leuchtturm ist auf unserer Schnellreisekarte. Das heißt, wir müssen nicht immer extra hin und her fahren, laufen, tun. Ich habe Drogen mit. Drogen hast du, glaube ich, mit Wahnsinn. Drogen, ja. Sie gehen ab, Alter. Also, ich mache da die Tür zu. Ich möchte nicht gestört werden. Ach, das ist in der Aufnahme. Ich dachte, gerade das Lager hier wird überrannt. So, das Auto, was nur aus Motorhaube und Tür besteht, nehme ich besser nicht. Ah, ich probiere, umzudrehen. Hm, Svetlana, grüß dich. Gut, dass die Autos nichts wiegen. So, dann bringe ich halt den einen Typen, das wollen wir nicht. Aber es kann schon sein, dass zum Beispiel die Mission, die wir jetzt machen müssen, unsere Hauptmission, ähm, weiter vorantreibt. Ich will, du, mich finden. Alter, du bist ein Hengst. Läuft, gleich zwei Frauen. Du bist jetzt sehr von den Männern immer beeindruckt in dem Spiel, ne? Ja, die haben es echt drauf. Was benötigt Stufe 7? Glaub mir, bei einer Zombie-Apokalypse hätten wir es auch so drauf. Wenn die anderen ausgefressen würden. Hm. Ja, wenn es keine Konkurrenz gibt, ne? Ja, eben. Das ist ja das Problem hier wahrscheinlich. Schau, mach das Geld und was anderes, was du willst. Es ist kein Wunsch bei mir mehr. Und sag sie, sag sie, ich bin tot. Glaub mir, es ist für die Beste. Na, okay. Jetzt muss ich zum Max zurückkehren. Ach so, das war bei dir? Ich dachte gerade, was ist denn das für eine Aufzeichnung? Ach, warte. Svetlana, mit dir muss ich reden. Die will Champagner, die hat auch kein anderes Problem, ne? Okay. Läuft. Natürlich bringe ich dir Champagner, Baby, Alter. Okay, Baby, wir gehen zum Party. Party. Du gehst mir zum Champagner. Und nicht so schäfer Schuss. Singa la Pampa. Lass uns Party machen, Baby. Jennifer. So, ich muss einfach durch die Tür rein. Okay, dich will ich nicht. Du hast so ein maskulines Gesicht. Den U-Langen-Hals. Ich hab' keinen Bock auf die. Bitte, wie komm' ich denn hier rein? Ach so, ich muss erst die Zombies hier wegmachen. Okay. Ich hab' einen. Danke. Kannst du sicher, dass sie in einem selben Ort ist? Und in einem gefährlichen Ort? Hört mal auf, immer von hinten anzugreifen und dann nimm keine scheiß Waffe. So, willst du auch noch was? Nein, du willst nichts mehr. Da ist irgendwas zum Holen. Nehmen, 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 nehmen. Was ist das? Alkohol. Au. Hä? Komischer Typ. Wo bist du? Dein Bruder schickt mich. Ha, 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 ha. Wo ist mein Champagne? Ich will dir verdrinken, bis ich verdrinkomme. Okay, sie will Champagner trinken. Da ist er. Pass auf, ich hole jetzt Champagner dann. Als Erster zurück ins Lager. Und da muss ich irgendwie... Ich glaube nicht, dass dein Bruder kommt. Deinem Bruder geht's nicht wirklich gut. Ach so. Was heißt, mach mit seinem Bruder schon wieder Batsy. Oh nee. Der war am Verrecken, als er mir das Insulin gegeben hat für seinen Bruder. Oh nee. Ja. Scheiße, jetzt muss ich da einen anderen Weg wieder hoch finden. Das ist blöd. Wenn du jetzt einmal ins Wasser fällst... So, du bist noch bei zwei Herzen. So. Ah, deswegen kommen wir nicht... Ah, okay. Passt schon. Was denn? Was ist Phase? Sprich zu mir. Ähm. Das Aufsendung ist nämlich mit der Mission Klopfen an der Hümmelstür verbunden. Und deswegen müssen wir mit diesen Typen vom Leuchtturm reden. Ah, okay. Boah, da wo ich dich hinboxt. Nein, das Geld. Oh, Scheiße. Champagner. Dann bringe ich da ein bisschen was Wasser. Oh, komm, Alter. Dich lass ich aber brüllen jetzt. Hab echt keinen Bock auf den Typen. Jetzt hab ich das Auto schon wieder vergessen. Ach, das hab ich ja immer oben stehen. Jetzt check ich's wieder. Na, okay. Warte kurz. Lass mich kurz. Austauer. Bisschen tanken. Und dann gibt's das Maul. Was hast du denn für eine Waffe? Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Was lassen wir da? Das lassen wir da. Nimm dafür diesen Hammer hier. Alter Maul. Ich hab dir gerade meine Waffe voll ins Gesicht geschmissen. Wie geil. Oh, da musst du aber aufpassen. Nicht, dass die verschwindet. Oh, nein. Junge, der kriegt mich. Der macht mich steil. Nee, das war eine Waffe, die eh fast kaputt war. Steh auf, Junge. Lauf weg. Ha. Bin an dir vorbeigehopst. Da steht der Auto. Hey, Baby. Oh, fuck. Du steckst. Levelaufstieg. Läuft. Super. Du bleibst gleich liegen, gell? Du hast da nix mit zum reden. Da eine kleine Massage. Ah, tut's gut. Zack. Da sind aber viele, hä. Stehst du nochmal nachf? Nee, tust du nicht. Du, komm auch noch her. Zombie Club, Hawaii. Finde ich so geil. Wie konnte der mich so weit wegschleudern? Das ist ein neues Ausrufezeichen. Da wünsche wieder jemand was von mir. Ah, was ist denn da? Hä, warum muss ich die Tür von neuem aufbrechen? Hm, kraftlos. Das brauch ich nicht unbedingt. Verbände. Mit NATO kann ich nicht fahren. Okay. Da haben wir noch. Was ist denn los, das mit dem Teddybär ist nicht gespeichert worden? Nee, wenn du weg bist, musst du das halt nochmal machen. Das mit dem Teddybär ist sicher gespeichert. Guck einfach bei den Quests nach, ob es noch drin steht. Nee, nee, der hat nochmal einen Wunsch, der, der ich das schon erfüllt habe. Oh, danke Gott. Danke. Bitte, bitte. Ich hab doch gesagt, ich bring dir Wasser. Ach, komm jetzt. Jetzt hab ich dir grad Wasser gebracht. Jetzt war jetzt auch mal wieder. Baby. Oh, Mann, nicht. Ach, nee, ich muss Jenny. Ja, komm, spielen. Hä, hast du die Mission nicht eh schon gehabt? Zwei Herzen? Äh, keine Ahnung. Jetzt muss ich wieder woanders hin. Ah. Ich glaub, kann es sein, dass ich zu der gegangen bin, wo ich hätte hin müssen? Aber die wurde bei mir nämlich, ah, okay. Jetzt kann ich wieder zurück zu der... Na, also geil, find ich's gerade ehrlich gesagt nicht, dass ich wieder den ganzen Weg zurückhatschen muss. Das sind so viele Zombies. Ja, ich komm schon. Ich geh... Du, ich komm in deine Richtung und dann können wir danach gleich zum Leuchtturm fahren. Das passt. Ich krieg nicht. Na, komm her. Boah, meine Waffe ist gleich im Arsch. Hä? Ich fahr aber zum Leuchtturm hoch. Warum fahr ich zum Leuchtturm hoch? Oh, läuft, 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 läuft. Ich hab jetzt viele Zombies gekillt. Ich bin der Zombie-Killer. Warst du irgendwo in der Nähe beim Leuchtturm? Ja. Ach so. Dann bin ich ja schon wieder an dir vorbeigefahren. Ja, du bist gar nicht zu weit weg. Ja, ich warte am Leuchtturm auf dich. Gott, ich muss mich irgendwie wieder vorbeischleichen. Super. Beziehungsweise... Ach nee, ich muss dann hinterm Leuchtturm runter. Jetzt check ich's. Ja. Geht schon, ich renne halt wieder den ganzen Weg zurück. Das macht ja nix. Ist ja nicht so. Sieh dich für Space CDs vor. Unsere Flitterwochen. Aber egal. Ich renne halt zu Svetlana. Diesmal eh lieber. Aha. Aha. Was soll denn das heißen? Dann renn doch zu deiner Svetlana. Haben wir von Anfang an gesagt, wie für eine offene Beziehung. Ich merke gerade den Schlagstoff. Ja nein, wir haben gesagt, ich bin der Einzige, der offen sein darf in unserer Beziehung. Ja, jetzt sagt er nix mehr. Das ist aber falsch verstanden. Jetzt sagt er nix mehr. Hat er nix mehr zu melden, wenn ich sowas sage. Das ist bitte schon ein behinderter Schraubenschlüssel. Wie hört sich denn das an? Na ja. Den kannst du in eine Richtung tragen. Gibt überhaupt keinen Sinn, was ich da sage. Nein, das ist die geile Waffe weg. So. Jennifer. Der Kollege von mir hat es gemacht. Was ist der? Ach, du bist schon unten. Ja, klar. Warum gehe ich gerade den stressigen Weg? Ich weiß nicht, aber ich habe kein Champagner bekommen. Ich habe einen Barplan gekriegt. Schwergewicht. Ja, den will ich auch noch. Ja, ich will ja mit dir trinken, Baby. Lass uns trinken. Aber ich finde kein Champagner. Ich brauche Champagner. Ich komme gerade. Schwimmst du? Ne, ich renne. Kann man schwimmen? Ich glaube schon, dass du schwimmen kannst. Nicht, dass ich jetzt sterbe? Du kannst auch über Büsche springen. Nein, du verlässt das spielbare... Okay, das geht nicht. Spielbarer Bereich verlassen ist nicht cool. Okay. Scheiße, das ist ja... Okay, ich kann auch nicht durch Büsche durchgehen. In Büschen ist dann eine unsichtbare Wand. Bleib da bitte, wo du warst. Wir haben ja den Bauplan. Ach so, hast du den nicht? Nein, den kriege ich ja nicht automatisch. Ich muss immer extra hin und mir die Belohnung abholen. Dann ist das blöd. Okay, dann müssen wir die Nebenquests zusammen machen. Außer die, die alle in der Basis sind. Du musst halt die Leute in der Basis nochmal abklappern. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd, dass ich nicht zu dir schwimmen kann und alles laufen muss. Ja. Ja, schau mal. Vielleicht komme ich da noch irgendwo anders rein, dass ich ein bisschen Action habe. Bist du da was? Gibt es da irgendwo einen Weg? Ja, hinter dem Leuchte um den komischen Weg gehen. Ja, dem bin ich auch gegangen. Ich bin ja schon unten, aber ich weiß nicht, wie du zu den Häusern da rüber gekommen bist. Was? Wo bist du? Ach, da. Ich muss an der Bar vorbei. Ja, genau. Barbrücke. Zami ist weg da. Wo bist du denn? Ha, den habe ich voll die Beine weggeknüpft. Alter. Der hat drauf. Unglaublich. Gibt es kein Popo-Klatsch? Wer hat das gesagt? War es schon wieder das Super-Zami? Ja, der Typ geht noch am Sarg. Ich habe vorhin nur lang gebraucht gegen ihn. Aber zu zweit geht das. So, jetzt kannst du draufhauen. Nicht Molly, du zündest mich nämlich auch an. Er kommt auf mich zu. Du kannst draufhauen. Geh einfach hin und halt drauf. Ja, du hast mich auch anzunden. Ja, ich habe mich selber auch angezündet. Schau, wie er sich auch auflöst. Das haben es gut gemacht, finde ich. Er hat doch was gebracht. Und jetzt da. Au! Was hast du denn du für eine Kno... Waffe! Äh, Streikholmen habe ich mir oben am Leuchtturm gekauft. Läuft! Ich will auch was haben. Bei mir kannst du dir die Beine weghauen. Das ist voll cool. Ich kriege immer nur die Standard-Kacke. Waffen, Hammer. Ja, komm. Aber du machst nur 83. Ja gut, hier ist aber auch noch nicht aufgetunt. Aufgetunt ist auch gut. Aufgetunt, ja. Das passt eh so. Tuning, Baby. Tuning. So, warte. Das mache ich kurz. Mach ruhig dein Ding. Zieh ruhig dein Ding durch. Ich mache das da. Ich glaube, ich kann den Bauplan doch nicht holen, weil mir wird nirgendwo was angezeigt. Doch, da hinten drüben. Ich nehme die Tür rechts. Jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es. Hallo, Svetlana. Darf ich dich auch mal anschauen? Ja, mit Svetlana werde ich noch Champagner trinken. Warum braucht die eigentlich Champagner? Die ist ja dicht bis oben hin, die Frau. Ich werde mit ihr noch Champagner trinken. Da läuft, die Drogen sind auch wieder da. Ja, ich habe auch mal welche mitgenommen für den Notfall. Champagner. Würde ich sagen, gehen wir jetzt schnell zum Leuchtturm hoch, oder? Ja, gehen wir hoch zum Leuchtturm. Warte kurz. Aber ich glaube, das sollten wir im nächsten Part machen. Ja, okay. Okay, wenn du das sagst. Weil, wir sind schon ziemlich drüber über der Zeit. Na gut, Batsi, wenn der Batsi das sagt, dann ist es auch so, Leute, okay? Genau. Meine Prinzessin hat immer recht. Beziehungsweise, wir werden vielleicht schon mal zum Leuchtturm gehen und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder beim Leuchtturm. Gut ist's. Genau. Also, Leute, macht's gut. Haut rein. Und immer brave sein. Servus. Servus. Servus.